Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilbronn. In diesem Video geht es um das Thema Frequenzen, weil ich euch nach einer ganz kurzen Ansprache wieder mal eine Frequenz, ein Musikstück euch präsentieren werde, was ich selbst zusammengestellt habe, wo ich eben selbst Frequenzen eingefügt habe, die dazu da sind, dass ihr einerseits euch ein bisschen wohler fühlt, dass ihr entspannt, aber vor allem sehr konzentriert darauf, dass es Schmerzen lindert. Vor allem, wenn es um untere Rückenschmerzen geht und generell Schmerzen im Sakralbereich. Ich bin hier sehr, sehr gespannt, da das letzte Mal die Rückmeldungen sehr, sehr gut waren, dass es sehr vielen etwas gebracht hat, wie es dieses Mal bei euch ankommen wird. Es ist prinzipiell egal, ob es Kopfschmerzen sind, ob es eben, wie angesprochen, untere Rückenschmerzen sind oder wenn euch das Knie weh tut, macht einfach mal Folgendes. Setzt euch entsprechend auf einen weichen Gegenstand wie ein Sofa oder ein Sessel oder nehmt euch eure Matte und legt euch damit auf den Boden und versucht, die Augen zuzumachen. Ja, generell schon zu entspannen. Am besten eben auch immer ganz wichtig, vorher bitte das WLAN ausstellen, schauen, dass nirgendwo Bluetooth zum Beispiel an ist und dann hört eine Stunde lang diese Frequenz und ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback dazu. Das heißt, ich wünsche dir jetzt natürlich sehr, sehr viel Spaß und Erfolg, dass dadurch auch deine Schmerzen gelindert werden. Und wie gesagt, wenn du dazu etwas zu sagen hast, lass es mir bitte da in der Kommentarsektion unter dem Video. Und wenn du dieses Audiobeispiel deinen Freunden, Bekannten teilen möchtest, um auch zu schauen, wie der Effekt bei denen ist, dann teile dieses Video doch bitte deinen Freunden und Bekannten. Wenn du diesen Kanal hier noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und solltest du eben schon abonniert haben, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um entsprechend jedes neue hochgeladene Video von mir auch angezeigt zu bekommen. Und nun noch einmal viel Spaß! Und nun noch einmal viel Spaß! Und nun noch einmal viel Spaß! Und noch einmal viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Das war's für heute.